Hi, ich bin Michael und ich bin seit dem 01.02.2022 Mitglied des Teams. Ich arbeite im Bereich Qualitätsmanagement und zu meinen Aufgaben gehört grob einmal die Dokumentation im Qualitätsmanagement, dann die Auditierung intern und extern und generell mit den Prozessverantwortlichen über Prozessverbesserungen zu sprechen in Workshops und diese dann auch in die Dokumentation zu bringen und auch in den gelebten Prozess zu bringen. Ich habe schon beim Bewerbungsgespräch gemerkt, dass das, was ich mitbringe und das, was ich gerne tue, hier auch gebraucht wird und dieser Eindruck hat sich in den ersten zwei Monaten direkt bestätigt. Aufgeschlossen, optimistisch und gelassen. Ich habe zurzeit kein konkretes Hobby, aber was mich stark in der Freizeit beschäftigt, ist ein privates Projekt. Das ist ein Hausbau, sehr aufregend. Ich verbringe gerne Zeit mit der Familie. Wenn ich dann ein bisschen Zeit für mich haben möchte, dann mache ich gerne eine Spaziergänge mit einem guten Podcast auf dem Ohr. Oder ich schaue mir abends auch gerne Basketball an oder wenn teilweise auch selber auf dem Platz sind, werfe ein paar Körbe. Also ich möchte gerne das Qualitätsmanagement-System weiterentwickeln und verändern. Heißt, ich möchte mit ein paar alten Sachen aufräumen. Ich möchte die Prozessverantwortlichen fragen, was die gerne noch an Maßnahmen umsetzen wollen. Und ich möchte in zwei, drei Jahren zurückschauen und sagen können, das, was ich zusammen mit den Kollegen auf die Beide gestellt habe, das hilft ihnen wirklich in ihrer täglichen Arbeit. Mega, mega cool. Mega, mega cool. üd